Sie haben sich einen PC gewünscht, der einfacher zu verwenden ist? Wir haben zugehört. Willkommen bei Windows 7. Jetzt können Sie einen Blick auf alle geöffneten Fenster werfen, direkt über die Taskleiste. Sie haben vergessen, wo Sie ein Bild gespeichert haben? Geben Sie einfach ein Stichwort ein. Noch während Sie tippen, sehen Sie bereits die passenden Dokumente, Fotos, E-Mails, Musikstücke oder Programme. Mit Snap können Sie schnell zwei Fenster so anordnen, dass jedes den halben Bildschirm ausfüllt und Sie beide miteinander vergleichen können. Personalisieren Sie Ihren PC mit tollen Desktop-Hintergründen, Sounds, Mini-Anwendungen und Bildschirmschonern. Sie können Ihren Desktop sogar in eine Diashow aus Ihren Lieblingsbildern verwandeln. Sie haben sich einen PC gewünscht, der einfacher zu verwenden ist? Wir haben zugehört. Willkommen bei Windows 7. Mein PC ganz einfach. Ich unser Konzent��. Johannesreat